Hallo Leute, herzlich willkommen zu League of Legends. Der Marco und der Jonas sind dabei. Hallo. Alter, ich stehe gerade noch so am Feiern, weil ich habe eben gesagt, die nehmen doch garantiert keinen Joghurt, weil die haben einen Toplayer. Und was passiert, er pickt einfach mal Insta in Joghurt. Ey, wenn das nicht pervers perfekt war. Vor allen Dingen genau getimed, ich war gerade fertig mit frechem BAM Joghurt Pick. Vor allen, guck mal, wie die heißen. BAM Joghurt, der Admiral. Ne, ich meine jetzt das Team wieder. Pardon. Die Nutten sind das, wir kämpfen gegen die Nutten, Mann. Hallo, wir müssen den Admiral vernichten, wenn der Admiral tot ist. Das ist normalerweise. Ach, wenn der auf die Toplay geht, dann ist er tot. Der Carlo. Carlo Cox 92. Ich glaube, die sind deutsch. Ich glaube, das Team sollte Carlo Cox nutzen. Miral Adonis. Miral Adonis. Ja, ja, hab ich da gerade so drüber gefeiert. Ich feier den Namen End. Was soll ich zuerst spellen? Keine Ahnung, wir spielen die Party. Party, Party, Digger. Oh, ne. Ab geht's, los geht's. Wartell, äh, Marco. Geh da hin. First First Platten so. Ach ja, hat ja schon mal funktioniert. Bei mir funktioniert das eigentlich hier das Game. Wir haben nur meins dann, ne? Ich hab ihn hochschmeißen. Ich hab jetzt leider meine Cue gespelled. Ne, voll in Ordnung, Marco. Ich glaub, W wär besser gewesen. Ne, voll in Ordnung. Okay. Ich geh aber erst mal in die Menschenform. Wann hat sie dir eigentlich die Deadbluffen wohl? Ja, das war mal so nach dem... So, ich sag jetzt mal, LCS-Teamfight. Das war richtig geil. Das war vor zwei Tagen. Ne, du musst dir vorstellen, ne? Ich, macht Dragon. Auf einmal kommen da drei Gegner angepimmelt, ne? Ich denk mir nur so, jo, Marco, du wirst weg. Ich laufe weg. Auf einmal, dass mein Team sagt, los, Marco, hau drauf, ne? Ich renn rüber, ne? Die machen immer noch Dragon. Ich weiß gar nicht warum, ne? Da sind schon drei Leute von mir reingesprungen und fighten die Stunde. Die machen immer noch Dragon, ne? Ich smite den Dragon weg. Da hab ich erst mal richtig kaputt gelacht, ne? Und alle so, Alter, wirst du den denn bekommen? Und... Okay, die sind auf der Bot. Ja, ey, das hab ich mir den Eindruck ausgesprochen. Und da war's so, dann haben wir die so krass zerlegt. Das war echt so krank. Das war ein richtiger LCS-Teamfight. Das war wirklich so 5 gegen 0. Dann haben wir, oh, dann haben wir schnell gefinigt. Pass auf, Jura kommt noch hinterher. Ich hab das dürfe Gefühl... Oh, also ich kann nicht lasten. Oh, pass auf! Genau deswegen. Ja, okay. Wie Jura fehlt. Rede, pass auf, ne? Äh, Atrox, willst du nicht runterkommen? Hey, versuch's! Die lassen mich nicht! Na, ich... Na, mal kurz ein bisschen safe. Alter, ich muss mich erst mal das Englisch gewöhnen. Also, das ist so kurz mal auf Englisch. Ich hab das erste Zeit sogar neigen Stunden auf Englisch. Ne, ne, ich hab's schon, äh... Mittlerweile... Wie lange? Fiora will sterben! Weil, okay, okay. Eigentlich ist das nämlich viel geiler irgendwie, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, das geilste war ja noch, ich hatte Redeck den First Pick und der Kicker pickt einfach mal Fiora Instant. Ja, das ist auch... Ist sehr klug gegen ein Technifiora zu picken. Immer OP. Ja, ich hatte auch mal so ein richtig lustiges Erlebnis mit Jonas. Da war so, der Gegner hat Shulgat gepickt und Jonas hat Rengar gepickt. Das war auch ziemlich geil. Weil, äh... Ich muss das eigentlich vorher auch nicht, dass, äh... Rengos Scheiße ging Shulgat, ne, aber du musst ja mal bedenken, ne, du springst mit Rengos in den Raum und dann bist du auch bis sofort tot. Na, ich kann nicht den Zweifel halten. Oh, sorry. Boah, Alter. Ich hab ein viel Respekt vor der Lux. Ich auch. Ich, irgendwie vor dem Togat. Ah, vor Show sollte man immer ein bisschen Respekt haben. Ja, vor allen Dingen, der Togat mal wirklich 111. Ja, das kann schon ziemlich gut sein, aber das stört man Shulgat, der braucht keine Kills. Der ist auch ohne Kills OP. Oh, Jonas, das war... Das war gut, das war gut. Geh rein. Ich war ja gerade hart. Nein! Marco, geh zurück, geh zurück. Der Shulgat. Scheiße, Alter. Ja, der Shulgat. Voll fast zur Hölle, warum kommt jetzt wieder zurück? Hol dir mal den Heel in der Mitte, Jonas. Ich hab meine... Weh, Mann. Was willst du? Ja, dann hol ich mir den. Vor allen Dingen, ich geh müh, wenn er einfach nur tankt. Ey, komm. Wenn die so leichtfertig ist, dann müssen wir die jetzt holen. Was ist mit dem... Ja, passt auf, Shulgat auch und Fiora fehlt auch. Okay. Jonas ist zurück. Aber Fiora ist so lowlife gewesen, ich musste back. Ja, okay, Shul ist jetzt bei uns. Wir müssen ihn später einfach so oft töten, weil dann ist ja die Ulti von ihm nicht gesteckt und dann darf der kein Problem sein. Der ist aber auch kein Problem. Schauen wir mal kurz in hier, ja. Schon bei... Eben... Eben... Äh... Es weiß nur, wo sie war. Oh, die haben den Alter. Machen wir mal kurz unseren. Ja, aber während die da hinten einfach mal macht, die ist Level 3, ich bin Level 5. Bin auch Level 3. Und die hat sich leistig geholt, what the fuck? Ja, das war gut. Die hatten ein vampirisches Zepter. Okay, nach Minus. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich hab' die noch nie gespielt. Halt die Jura? Mhm. Ich hab' die Jura nur einmal gespielt, also Free-Bow. Ja, ich weiß nicht, wie man die beiden... Auf Damage. Ja, okay, das war mir schon irgendwie bewusst. Wahrscheinlich holt die sich Führer. Was? Hier ist weg, ne? Pass auf, pass auf, pass auf, ja. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, ich auch. Ich hätte holt, ja, also die machen mir nix. Ja, pass auf, wir kommen trotzdem. Oh, sehr schön, sehr schön. Fokus, ne? Oh, war das schlecht von mir. Aber die haben schon Respekt. Ja. Sehr schön. Komm, den schon kriegst du. Jawoll! So, Carlos, das Pörsblatt. Oh, scheiße. Ja, okay, das war scheiße von mir. Aber jetzt hast du wenigstens. Jawoll! Boah, Alter, das war... Nach sechs Minuten, nach sechs Minuten den Ace. Ja, das ist ja auch nicht so oft passiert. Ich sag mal, passiv abdruck. Komm, wir pushen uns jetzt so schnell, ich hab' jetzt wieder meine W. Ja. Ja. Also den kriegen wir auch wieder. Jawoll, sehr schön. Und jetzt weg. Ja. Ja, der kriegt die sowieso nicht. Ja, der kriegt die sowieso nicht. Ja. Deswegen schon allein nicht. Wörte ich schon mal immer kurz den, äh, hier in der Mitte. Ja, ich geh' back, ich hab' 1700 Gold. Jetzt zeig' ich natürlich meine Ulti, äh, meine Passiv geused, ne, aber... Oh mein Gott, mein Farm ist so erbärmlich. Um, Abklingzeit-Verringer auf jeden Fall. Um, Abklingzeit-Verringer auf jeden Fall. Ja, würde ich aber auch machen. Nö. Vor allem, Renekton, das ist schon instinktiv. Ach, ich renne gegen Renekton nie weg, weil ich weiß, in ihn eine Röven reinpickt. Ich würd' gerne mal so gut spielen wie gestern. Also wenn ich sehe Renekton im Gegner-Team und Röven ist open, pick ich Röven. Er kann gegen Röven nicht viel machen. Da wollte ich eigentlich reingehen. Weil wenn eine Röven anfängt, sie snowboarden auf der Lane. Oh, 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 oh. Bam, kriegst du Schaden in der Fresse. Ich weiß gar nicht, wie ich die, äh, gegnerischen Typ möchte ich einschätzen. So, ich weiß nicht, ob die gute Unterschiede sind. Ja. Wir könnten bleiben. Ja, wobei ich bin bei Dive immer ziemlich vorsichtig. Ja, ne, das war eine scheiße Idee. Aber die Kriegste. Ah, pass auf, der kommt, Laura. Oh mein Gott! Das tut mir jetzt leid. Ah, der hat nämlich echt scheiße. Der hat mich geötet, sorry. Ja, ich hab' die Lux noch gekriegt. Dank meinen Ignite. Aber Fiora hat ja so'n Dame, ne? Oh mein Gott, wie wenig Leben hatte ich denn? Fiora hat 2-1-1, ich hab' 2-1-2. Da war auch ein... Ja, also das war jetzt echt dumm von mir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Leben ich vorher hatte. Also das war jetzt eigentlich gut von mir, dass erst mal Ulti gezündet haben. Ah, hast du dir denn gekriegt? Ja, die Lux. Ah, sehr schön, aber das ist. Das ist doch gar nicht so scheiße. Ja, aber bei einer, die haben jetzt... Ja, aber Fiora kann gegen mich trotzdem nichts mehr machen. Der hat einfach Filt-Tanko. Die hat zwar auch Schleifstil jetzt so'n Böse mit ihrem Vampir-Richtsektor, aber... ...interessiert mich nicht, ich hab' brennen. Ja. Bei einem Ding deren Top-Tower schon kaputt. Oh, ho, ho, ho. Nein! Scheiße! Der hat fast noch den Schuld kriegt. Ah, kriegt er die? Ne, ne. Ich find' ich tau' dann. Ne, das wär' jetzt auch blöd. Einmal kann man's machen, aber kein zweites Mal. Ja, vor allem, ey, dann bin ich wieder so dumm wie jetzt gerade eben, für so'n Termin jetzt zu bleiben. Geh, du hätt' jetzt eigentlich nicht flashen, sonst ist das was so, ich hab' dabei. Geh, wir auf nochmal sicher gehen, ne? Ja. Lieber einmal, Flash hat ja nur 5 Minuten Codown. Einmal guck mal, guck mal hier, wie ich die schon an den Tower drücke. Ich krieg' dich schon wieder an den nächsten Tower. Vor allen Dingen, die kann nix machen, wenn ihr nicht gerade da ist. Nein. Wird auf die Fresse kriegt auf die Fresse. Ich danke dir. Ich komm' mal runter, ne? Ja, du musst ich beeilen. Boah, ja, scheiße, komm' nicht. Hätt' ich gultet. Kein Ding. Da sind halt nicht zu fett. Na, ich wollte ja nur Marco retten. Ja, und dafür danke ich dir auch. Pass auf, ne, die sind beide weg, die sind beide weg. Ich wollen unseren Altar. Wir wollen rennecken, vater. Geweck, 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 geweck. Aber warte, wird sich komplett gehen. Die versucht werden, ich mal und ja. Im Ernst. Am besten, die wird Tower drücken, ne? Ja, das wär geil. ein bisschen dummheit der gegner wird immer dort zu ich warte eigentlich okay das wirst du von dem ja sehr schön er sagt ja ein bisschen dummheit der gegner wird immer dazu schön hart ja alter so dumm muss man ja wobei ich hätte auch nichts dagegen wenn man mich fiegen würde aber überlegt man in der arbeit mit dem da nicht ja nicht schön wie nicht sein der aber das aber bei er hat es geht ab und überhaupt nach einer müssen die Rüstung holen dann ist vorbei um mein Gott um ein Gott um ein Gott jawohl tut mir leid das zu stehen wir sind noch erstauntlich weit gekommen erster vielleicht hast du am Weltrekord aufgestellt e zwei zwei vier und er hat ein feier fertig oh 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 ich sollte laufen zwölf Minuten und ich hab's anfeuern auch nicht schlecht und wir sind gerade schon ein bisschen zu früh in den Teamfalls wenn man so nennen darf wenn man so nennen darf was kann ich sein ach komm ich geh mal ein bisschen im Jungle hin ich frag mich gerade was ich mir jetzt zusammenkaufe ich hab mich gerade was ich mir jetzt zusammenkaufe der Tower weißt du so weißt du so wach komm aua 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 gerade drin lauf lauf Lübbs Näschen kommt aua dafür haben wir uns die gegönnt ja sehr schön läuft das war gut vor allem nicht nice schön nochmal mit Ulti rein komm wir uns in den Altar von denen nur da oder so erst mal tusten erst den Tower ja erst Trauer äh unsere Toplane Leute ah da kann ich mich drum ja aber wenn die bei uns nur einen Tower kriegen ist es gut wir haben bei denen beide sehr schön willkommen äh ich glaub es soll laufen oder mhm wir können zu zweit machen ja warte ja warte ne lass wir loslaufen ja aber wir haben den Alter willst du los? tja warte 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 atroc immer noch nicht attack speed ich hab keine Ahnung von der dchams ich hab nur AP da ich spiel ja gerne ich spiele auch in letzter Zeit super gerne renecken wenn ich mich auch mal holen weil er ziemlich krass ist oh Jonas pass auf ich weiß ob es jetzt noch so geil wäre die jetzt noch zu feiten weil da umkommt ist eine Fiora ja komm wir sind zu dritt ja wir müssen jetzt auch passen wenn die mich fokussieren okay der ist dann mal schlecht ich weiß ganz warum ich den Showfokus so ein und ein paar Wien das war klar ein Autotick hätte genau hätte gereicht das kann sie uns der Aids macht nichts die sind nur genau so weit wie wir gerade von Kills aber wir haben mehr Tower ja wir müssen es selber spielen das war so dumm dass ich den Schuh gefokust habe ja es war es hätte gereicht wenn ich den Fokuss hätte ja jetzt mal die anderen beiden ja das ist aber ich hatte jetzt ich konnte da nichts mehr stellen sonst wäre die anderen noch tot gewesen ich weiß nicht was ja ja wäre dann tot gewesen aber ja der hätte sogar ein Autotick gereicht hatte ich schon überlegt ob ich irgendwie wegflächen soll und dann aber dann war ich gestunt da waren wir jetzt auch der Flash nicht zu färbeln da wird jetzt die Flash um sich die Jorahle zu töten die sind nur in ihrem Alter warte lass mir mal die Menü wir können sie töten ja da müssen wir aber alle zusammen gehen ja da müssen wir aber alle zusammen gehen ja da ist ein Joghat ist da wo ist Lux ja genau genau da macht die Hälfte nicht der Mensch die Euro wir lassen die ja wenn wir jetzt wieder lehnen Jonas pass auf da könnten Schuckert zu dir kommen ja und in 4 Euro die Vorkenstern Afrika so natürlich nicht ja die hat jetzt wahrscheinlich gesehen ok ja ja ne das war sowieso schlecht platziert von mir ja ich ja ich ich glaube ich meine es dann auch meistens so wenn ich sollte ja ja aber nicht so krass das war die Hälfte das war der Reichweite in Zukunft ich gehe müssen dann wenn er mit ihr eure Erfahrung kriegt da kommen die mit drei Mann da kommen die mit drei Leuten ja was soll man machen never go alone you will never walk alone ja 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 schade dass wir eben die die Champs-Auswahl nicht aufgenommen haben beziehungsweise nicht aufnehmen konnten egal ich habe ein bisschen Angst oh die sind noch mal so Malta das ist der Schub mehr überraschend mal oh 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 hey warum kann ich nicht wechseln ich bin ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich bin unterwegs lock sie zu mir oh mein Gott ich hab Angst oh scheiße alter 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 wie oft hat die Luxi-Royti das ist Luxi-Royti das ist Luxi-Royti so oft äh ja ja das ist wirklich scheiße gerade ja vor allen Dingen gefielten die gerade irgendwie ja ich glaube auch irgendwie richtig scheiße ja irgendwie sind die jetzt gerade genauso wie die hier und haben sogar drei Kildsmeer auf dem Konto ja wir müssen ja viel sehen wir müssen ich habe jetzt mal beim Pierszeptor wohl das ist mir scheiße ja ich verstehe das nicht dass das Jungs jetzt so gerade so gehauen haben weil die waren ja nicht mal wirklich zusammen oh mein Gott wenn ich schon wieder diesen Stun sehe ne Biora ist fett ganz so müde äh meines Erachtens ist so scheiße Alter die haben wirklich auch noch den zweiten Torhüter unten gekriegt äh scheiße wir müssen erst Fiora Lux Fiora Lux Fiora Lux und wenns geht noch Joghat Stimm ich zu blut ich wir sollen jetzt wirklich zusammenlaufen ja wir drücken jetzt zu dritt die Top Lane äh die Bot Lane ne ne Ah Lux ist da wo ist es schon der ja es ist solange Lux allein es kann wir die holen äh Fiora 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 fehlt oben Fiora fehlt oben Fiora fehlt oben Fiora fehlt oben Fiora ist auf der Top Fiora weg ich hab eigentlich Angst dass es von hinten kommt spektoren oh mein Gott das kann Alter ist die OP Alter oh mein Gott ich werde überleben ich werde sterben ich glaube danach spricht nun Runde es ist nicht mehr feierlicher Erkrankung das kann ich jetzt nicht auf mir setzen lassen was auch noch als mit wir haben ganze 21 Uhr 37 38 ich glaube 37 ich die machte schon ganz schön der Menschen relativ weil ich bei doch ein Alleluja Alter das gibt es doch nicht was warum spiel ich so scheiße warum spielen wir so scheiße was das ist ja das ist es dann gesehen ich hätte dann musst du dann wäre die Tod gewesen Jo danke Gehrecken die nehmen uns auseinander oder euch zumindest ich bin jetzt schon auseinandergenommen worden ja da das hat schon ein bisschen gerade ja ich hab ein bisschen Respekt vor denen Jo da geht einfach mal die Multi daneben ja das war gut da seht ihr das meine ich ja sie die stirbt doch wohl jawohl endlich ein Shutdown jetzt müssen wir durch pushen ja warte ich wenn wir wenn wir auch noch übernehmen dann können wir auf jeden Fall drücken Oh ich muss die Topolten gehen ja wir dürfen noch hier zum Teil auf den Schatten die Joker ist gerade alleine okay das TopTor er verrägt ihm wenn du siehst dass irgendjemand kommt er wird sofort auf die Umweg wer will noch leben vorausgesetzt zurück zurück vor allem erst mal die Wailchen noch weg du musst noch rein stimmt gar nicht stimmt wohl na ich will das stimmt wenn man besitzt und so war die ja warte die holmer uns die holmer uns die holmer uns war einander ne leute warte warte ich die holmer uns die holmer uns oh ja da ist ich komme alter das war gut aber die hat mich fast gezogen das war die rückwirkung oh mein gott da kommt die lux wir haben aber man kann die ursprünglichen konnte und mit ja aber trotzdem dann soll ich das nicht übertreiben ja achto komm her komm her du stirbst komm her sterben oh nein das ist mir ein bisschen zugewagt ich bin zwar tanky wie ein boss aber ich bin auch nicht so tanky theoretisch können wir es sogar noch schaffen theoretisch aber Fiora lebt also als wenn man sehr optimistisch ist die hier vor allem der o o o o wobei ich muss ja nicht anders gehe weg vorbei verraten wenn ein Nürnberg oder nicht so oder nicht gehört wenn du da lang läuft er schütte gerne ein Dienstplan landen aber ich habe gehört überlegen ja das ist auch aber auch Box Prozent aber es ist eine Pässe vor hatte Prozent 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 die Betonung liegt natürlich auch hatte das er versteht ich weiß nicht ob wir da drehen gehen sollten Power verteidigen Oh mein Gott Jogo wie vielleicht hat sich schon wieder die Frau Huch 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 Diese Slice ne Ich wollte eigentlich da hochslipen und was passiert denn Slice? Gott ich laufe Ja Ihr kennt ja dieses eine Video How to Show Gap wo dann auf einmal so ein wo dann auf einmal so ein riesen Show Gap hinter fünf Freunden herrennt Das muss ich euch machen Ja das ist so geil Das ist so Alter Von am Anfang kommt da einfach so ne lustige Musik und dann auf einmal ändert die Musik zu so richtig harten Metal das ist richtig geil Das Video muss mir überschicken Das ist der Lowlife der Darius Dann springt der Kerl einmal auf die Tastatur und dann ist er Dann ist Jacks einfach mal Insta down Ja je weniger Leben Darius hat Ich glaube je weniger Leben er hat desto mehr Schaden macht er oder? Die würde ich jetzt nicht Ich kenne Darius jetzt nicht Ich kenne Darius jetzt nicht Gehrasse Was nicht Und das ist eigentlich Das ist geil mehr wenn die jetzt auch einmal verwendet Ja ich will Das will ich feiern Ja ich auch und die sind auch 20 Sekunden lang er hat auch die Kionett hat und der aufs der sei besser das hat so ein comeback aber jetzt müssen wir auch so etwas machen nicht das ist nicht und ganz schnell pushen die sieben Sekunden am Morgen wird auf dem Jahr 2 und 1 1 1 3 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 die Weckleute ok op jetzt sollte ich auch das war scheiße werden mit den sollen was gewagt das wird echt scheiße ich weiß was recht enthält Prozent das ist nicht offen ich glaube Rüstung oder Magic Resistence wäre gar nicht so doof Rüstung kommt ihr nicht die Schredder-Rüstung die Arschlüsse ist bei der Schreiber-Rüstung Nroth-Einermann gibt's die Worte Bobox gibt sie nicht ich hab Angst 3 war die Eintritt auch schon jetzt war haben zwei Attacken vom Joghurt ja war aber gut und Joghurt die Berndung ja das ist das tut mir leid dass ich so scheiße gespielt habe aber aber ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal also mir nicht